. Neu im Studio die große Monitorwand. Sie öffnet den Blick ins Land. So kommt Baden-Württemberg noch näher ins Studio und zu Ihnen nach Hause. Die Bilder für die Monitorwand entstehen bei den Design-Kollegen. Hier ist die Gestaltung für die gesamte neue Landesschau in Arbeit. Der Grundgedanke, das Land noch näher ins Studio zu holen. Wir gehen weg davon, digitale künstliche Welten zu schaffen im Design. Sondern das Bild soll authentisch für sich stehen dürfen. Gemeinsam beraten unsere Fachleute die konkreten Einstellungen im Studio. Wie kommen die Geschichten am besten rüber? Wer ist die bekannteste Bonndorfer Frau? Der Frage gehe ich jetzt nach. Das ist die Janine Keterer. Richtig. Von den Pferden her. Richtig. Und die besuchen wir jetzt. Oh, toll. Neu am Landesschau-Mobil. Die Menschen zeigen uns ihren Ort auf ihre ganz eigene Weise. Und wenn Sie so jemanden kennen, liebe Zuschauer, dann sagen Sie es uns. Neu unsere Rubrik persönlich. Menschen aus Baden-Württemberg lassen uns rein in ihr Leben. Erzählen, was sie antreibt. Mir ist ein gutes Öko-Gewissen relativ wichtig, weil ich es einfach nicht mit ansehen kann, wie eine Waschanlage Unmengen von Wasser verballert. Ebenfalls neu, kurz und bunt. Da sehen Sie die kleinen Geschichten aus den Regionen. Zum Beispiel die vom neuen Kältchen von Heilbronn. Unsere Redaktion ist jeden Tag auf der Suche nach den besten Geschichten aus dem ganzen Land. Freuen Sie sich drauf. So wie unsere Chefin. Die neue Landesschau, das wird noch mehr Baden-Württemberg, noch mehr schöne Bilder, noch mehr nah an den Menschen, an dem, wie dieses Land pulsiert, sodass man richtig das volle Panorama von Baden-Württemberg kriegt. Erleben Sie mit der Landesschau jeden Tag unsere Heimat. Sie hat so viel Tolles und Erstaunliches zu bieten. Nur ein Beispiel, der Wackelwald bei Bad Buchau. Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Wenn wir an der Stelle ordentlichen Knie federn. Und dann sehen wir ja schon hier oben, der Wald wackelt wirklich. Das machen wir jetzt eine halbe Stunde, dann wackelt es noch mehr. Das ist ja mal toll. Landesschau. Das Magazin für Baden-Württemberg. Einschalten 1845. der Standort für Baden-Württemberg.